Das kann doch nicht sein, ey. Ne, die Scheiße. Leck mich am Arsch. Ne, ich schmeiß die Scheiße weg aus dem Fenster. Ich geh nur noch kurz nachher. Und jetzt? Was jetzt hier? Jetzt kotze ich gleich hier. Ich schmeiße, das riecht durchfallen. Dreck hier. Na also. Du kannst doch, wenn du willst. Guck mal. Hätte keiner andere gekonnt. Knüppel? Ich bin rau. Ich konnte nichts machen mehr. Wie ihr seht mich. Ich hab keinen Chat. Ich hab keinen Chat. Hier hab ich am anderen. Menschenskind. Ich muss alles neu machen. Ey, bei mir geht gar nichts mehr. Auch Stream Deck. Das ist alles am Arsch jetzt, gell? Ich bin komplett durchgedreht. Programm ging nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr auf. Alles wollte Updates. Es ging nicht mehr auf. Dann hab ich's einfach gelöscht. Ich hab alles gelöscht einfach. Ich hab's gelöscht. Knüppel. Mir scheiß egal. Ich mach jetzt für morgen den Stream neu und dann geh ich endlich weg von dem Programm XSplit. Ich mach OBS jetzt. Geh weg von dem Mist. Mach OBS drauf oder so. Ich mach OBS. Ey, aber jetzt wo ich das Update gemacht hab. Jetzt wo ich das Update gemacht hab. Weiß ich nicht mehr wo man on und offline geht. Ey, wie du weißt nicht wo du on und offline gehst. Doch unten links auf das Windows Zeichen klicken. Ja, aber wie ich den Stream an und aus mache. Ist jetzt anders. Das Programm sieht jetzt ganz anders aus. Ich muss jetzt hier erstmal offline gehen. Die Leute denken, ich bin geistig komplett. Ich bin verwirrt. Ich bin... Die Leute denken doch, ich hab einen Schatten komplett. Ach Quatsch. Na klar. Die Leute denken doch, ich bin gegen die Wand gelaufen. Ey, wenn ich weg bin, bin ich weg, Chat.